Euro, 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 Euro investieren Sie in den Müll. Das sind Sie jetzt hier, das sind Sie nicht überall in den Geschäften. Und solange Sie schön auszukonsumieren und keine Fragen an das System stellen, kann Ihnen auch nichts passieren. So, wenn man anfängt wie wir, wenn man aufstachelnt gegen den Staat, dann wäre es nicht möglich. Wenn man fragt, wenn man sagt, was ist denn der ESM-Vertrag und warum muss ich mit meinem Geld für Banken, Staaten und Konzerne aus 2013 haben, dann wird die Böse da oben. Die fangen an, sich zu kontrollieren. Die hören dein Telefon ab und die sind auch in deinem Rechner. Der Bundestroja hat mir nichts. Der passt genau aus, dass hier auch keiner auf der Reihe tanzt. Und wenn sie nicht aufhören zu shoppen, dann schlönen sie uns dann. Das heißt, jetzt ist die Akur, weil sie das aufhören, arbeiten sie, shoppen und dann wieder ins Bett. Und warum ich Sie das, Deutschland ist sicher, machen Sie sich keine Worte mehr mit auf Wirtschaftswunder. Der Euro ist stabiler denn jetzt. Und wir sind eigentlich auch nur hier, weil wir so hören, dass wir nicht Luft sind. Wir sind so ein paar Ahnung-schlöse Spinner, weil sie müssen im Winter campen. Aber wir haben keine Ahnung von Politik oder Wirtschaft, also hören Sie uns besser gar nicht zu. Aber wenn Sie nämlich einmal anfangen, Fragen zu stellen, dann können Sie gar nicht mehr damit aufhören. Das ist das Schlimme. Dann müssen Sie sich immer weiter informieren. Und dann finden Sie immer schlimmere Dinge raus. Und auf einmal macht das Shoppen-Gehen gar keinen Spaß mehr.